Männer, festhalten bitte! Diese heiße Kehrseite erobert aktuell das Netz. Gerade erst läuft Topmodel Kendall Jenner zum zweiten Mal über den Victoria's Secret Catwalk. Schon zieht sie sich für einen Adventskalender des Love Magazines aus. Fast zumindest. Mit diesem Boomerang-Schnappschuss vom Set überrascht sie jetzt ihre Fans. Bomberjacke, schwarze Dessous und reichlich nackte Haut. Wer kann da schon wieder stehen? Das war's.